Für 100 Euro unser Crowdfinding bekommt ihr eine Patenschaft eines Apfelbaums, Beerenbaum oder Spätzchenbaum, die wir hier auf der Wiese gepflanzt haben. Dann kommt euer Schild hier am Baum und dann könnt ihr den Baum auch gerne besuchen und ihr bekommt natürlich auch was von der Ernte dann ab, wenn die Ernte kommt.